Musik 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 So will you talk with me, so will you listen inside? So will you walk with me, so will you think about it? Hallihallo und willkommen zu einem Let's Play von Heiz. Ich bin Julia und bei mir ist der Trimoto. Hallo. Ja, wir wissen überhaupt nichts über dieses Spiel. Es ist nachts und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Okay. Es ist wirklich mitten in der Nacht, es ist ein Uhr oder so. Wir haben jetzt auch beide Kopfhörer. Es ist ja ein bisschen leise über meine Kopfhörer. Du musst auch mal ein bisschen nachregeln gerade im Moment. Kannst du eigentlich gut Englisch? Ja. Kannst du das übersetzen? Ach, soll ich auch noch übersetzen? Ja, so ein bisschen. Ja. Ja, ist ganz cool. Ja. Kannst du eigentlich die Türen nur öffnen? Ich gucke gerade, ob ich irgendwie... Aha, okay, so. Ich muss jetzt mich erst mal ein bisschen zurechtfinden. Normalerweise kannst du dich immer mit dem Haus umsehen. Okay. Ja, ich kann das ja noch nicht... Irgendwie. Wie kann ich dann mein... Mein... Okay. Was machst du da? Gucken, wie ich... Ach so, alles klar. Wie kann ich denn hier Türen öffnen? Vielleicht, wenn du vor einer Tür schießt und... Ne, guck mal, da ist er auf der Tür. Hä? Ich glaube, da soll zu sein. Welcome home, Henry. Wer redet denn mit mir? Okay, wir sind anscheinend Henry. Wir sind Henry. Und irgendwer redet mit mir. Am Anfang wurden mir Hosen gezeigt, ne? Gehen wir zu den Hosen am Tisch. Ja. Ich wollte eigentlich erst mal hier anfangen. Einfach mal umgucken. Scheint also irgendein, ähm, geschäftstüchtiger Mann zu sein. Eine Fotos von meiner Hochschule graduation. Ich war nicht sicher, dass ich erst ekstattig fühlte oder horrifiziert. Hm. Okay. Vielleicht, äh, Elite. Ähm, Elite-Schule. Ja. Aktuell. Ich glaube, in dieser Schule sind wir jetzt auch, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja. Deswegen sage ich ja, ähm... Wie so krisselt das so. Ja. Vielleicht, weil das halt seine Erinnerung ist. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich mich gleich extrem erschrecken werde? Vor allem ich, denn ich sitze, also es hallen da dran. Okay, es wird hell. Hell ist immer gut. Äh, also hoffe ich. Also ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwas anderes machen kann. Aber... Ich kann... Äh, aufmachen kannst du mal gerade aus. Ja. Wenn wir rennen können, kann man auch nicht. Okay. Und wer hat Schule dann schon so unglaublich gern gemocht? Ich will immer noch meinen ersten Tag erinnern. Mein Lacken hat mich mit der Parting-Fraise von Do Well und du kannst nach Hause besitzen. Alles klar, ist das ein Internat? Aber wieso heißt das denn überhaupt Heid mit Y? Also normalerweise heißt es, wir stecken doch Heid mit I. Ja, eigentlich schon. Aber nee, ist das gerade auch ein richtig eckiges Geräusch? Ja. Ich glaube, wir müssen nach draußen. Ja, mir ist draußen auch gerade irgendwie ein bisschen lieber. Ja, das ist heller. Ach, das ist... Küchenlissen. Hm. Ja, Kirchengesang. Ein Chor. Ja. Ähm, geil. Ups. Ich glaube, du musst recht ziehen drüber hoch. Also Türen kann... Meinst du, kann ich gar nicht öffnen? Ich will das nochmal eben ausprobieren. Ich will das jetzt... Du drückst mal E. Nein. Also Türen kann ich nicht öffnen. Das ist eigentlich hier eine coole Rail für den Skate-Busher. Also ein bisschen. Ja. Also scheint ein Internat zu sein. Hm. Ähm. Ähm. Elite-Internat? Ja. 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 Ich glaube, ich mag Dinge in diesem Weg, aber ich fühle mich anders. Ich weiß es nicht, ich finde, ich finde, es sieht irgendwie alles ein bisschen gleich aus. Aber ich kann definitiv in diesem Spiel keine Türen öffnen. Also, ähm, wir sind gerade in Erinnerung von Henry. Und Henry war anscheinend auf einem Elite-Internat und war da auch nicht besonders glücklich. Und ich, ähm... Und ich, ähm... Ach, das sind wir mit auf dem Bild, ne? Das müssen wir sein, ne? Ja. Okay. Es gibt ja viele Leute auf solchen, ähm, auf solchen Schulen. So, wie ihm. Ähm. Ja, es muss ein unglaublicher Druck sein. Dann kannst du ein gutes Gefühl in diesem Raum. Ja. Ich würde gerne hören, wenn ich so ein gutes Gefühl habe. Ja. 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 Sind wir noch? Ja. Die Tür ist einfach nur zu. Denke ich, wir sind doch immer noch. Nein, nein. Wir sind eigentlich von da hinten gekommen. Weißt du, da hinten ist das Office. Also das, äh, das Büro. Okay, ja, ja. Wir sind jetzt einfach nur in der Tür hier. War gar ein bisschen irritiert. Ja. Jetzt sind wir in einem Krankenhaus, denke ich mal. Weil er gerade was von eurer Operation sagte. Mhm. Ah, das ist, das ist fies. Oh, schön. Krankenhäuser sind ganz fies. Ja. Echt? Hörst du das? Ja. Was ist das? Es kommt auch näher. Ja. Ja. Aber es geht auf die linke Seite. Also... Ja. Jetzt ist es irgendwie hinter uns oder so. Das ist ja das... Keine Ahnung, das ist auch wie jemand schreibt oder so. Das ist so eine alte Schreckmaschine, wenn es sich aussahen. There was only one time I saw father at the hospital. He was arguing with the receptionist about mothers treatment. At that moment, I felt perhaps the closest thing to affection I could of my father. Das war so. Oh. Okay. Oh. Okay. Meine Mutter war oft in Chemotherapie, als ich sie besitze. Sie war immer im Garten, so hart zu sitzen. Aber es hat sie nie verstopft, sich auf eine wunderschöne Gesicht zu stellen. Ich habe noch unglücklich das Gefühl, dass man verfolgt wird oder so. Da sahen Rose. Sie, Vater, hat mich nicht in den letzten Stagen sehen lassen. Meine Schule war zu wichtig. Und wegen dem, musste ich niemals sagen, sie war weg. Dann ging es gar nicht um den Vater im Krankenhaus, sondern um seine Schwester oder so. Um seine Mutter. Ja, um seine Mutter halt. Also, seine Mutter hatte halt Krebs und ist da halt gestorben und... Tja, durfte ihr nichts lieber wohl sagen, weil die Schule zu wichtig war. Äh, kann ich diese Rose aufnehmen irgendwie? Nein, kann ich nicht. Ich kann wirklich nichts machen, aber... Wann soll ich denn? Wir sind doch jetzt einmal rumgegangen. Gehen wir zu dem Stuhl da. Ja. Ach, nee, das nur... Okay. Kannst du vielleicht von der anderen Seite da hin? Also, es ist, ähm... 9 Uhr morgens und 9 Uhr abends, vielleicht eher... Ich denke mal, weil es dunkel ist. Sonst ist es eher abends. Naja, vielleicht ist das aber auch ihre Sterbe-Uhrzeit. Das kann doch nicht sein. Also, ich kann auch nichts... Ich habe gerade versucht zu klicken oder so. Ich kann nicht, ja... Geh mal auf die andere Seite von dem Bett. Ja, war ich doch schon. War nicht... Nee, auf der Seite da. Achso, da warst du noch nicht. Ja. Nee. Nee, kann ich nicht. Hm. Aber... Vielleicht müssen wir jetzt... Oder... Geh mal zu dem Fernseher, genau. Ja, aber so ein dicker... Dicker Plasma-Fernseher. Also LED-Fernseher. Hier einfach mal. Nee. Und dann so ein... So ein ranziges... Ah! So ein ranziges Zimmer. Tür ist offen. Machst du Scheiße. Okay. Es verändert sich. Say should I. Ehm. Ich finde es auch schön, oder? Oder? Oh Gott. No, 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 no! No, 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 no... Pfff... Alter... Wie zieht er da aus? Ach, er kann sich nicht daran erinnern... Er kann sich also nicht daran erinnern, dass er ins Gästezimmer gegangen ist. Ah, ich bin morgen gerade fertig. Ich glaube es geht jetzt hier um die Rosen neben dir. Pass mal auf dem Friedhof. Geil. Ja. Ach nö. Also im Prinzip durchleben wir gerade die wichtigsten Stationen in seinem Leben, die alle sehr traurig anscheinend waren. Ja, das ist jetzt immer sein Vater tot. Ja, da scheint ja nichts vertraue ich drüber zu sein und ich kann es auch irgendwie verstehen. Ja. Das ist ja mies hier gemacht mit den... Okay. Ja. Ein ganz komischer Kamera. Was ist denn da hinten? Einfach nur Grafik? Ich glaube im Backel, ja. Ich finde die Grafik jetzt aber nicht so schlimm. Nein. Nein. Er hat nichts verdreht, aber ein Name war Grafstern. Und ich war hier, um das zu erzeugen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so ein riesen... richtig äh... dass dieser Grafstern hervorstechen müsste. Ich denke mal sein Vater war irgendwie ein sehr hohes Tier. Ja, aber er hat ihm ja nicht mal irgendwie ähm... Seinen Namen... also nicht mal seinen Namen darin eingravieren lassen. Ja. Warum sollte ihm dann... einen total wertvollen ähm... oder ganz besonderen Grafstellen? Was heißt denn ein Business-Tycoon, also? Ja. Ja. Das heißt ein Business-Tycoon-nen? Ja, äh, Business ist klar, aber... Was heißt ein Tycoon? Also ich würde es jetzt so übersetzen, dass er halt ein hohes Tier war, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Das sieht von dir aus, als ob er ein Drache im Kopf ist. Was sieht es denn los? Ich denke mal, dass wir einen leichten Knall weg haben. So Richtung Psychose. Ja. Ich möchte das nicht mehr spielen. Gibt es da irgendwo ein Badezimmer oder so? Geil aus? Ne, warte mal, guck mal, da hinten ist doch die Tür offen, oder sehe ich das falsch? Geil aus? Fernseher? Allgemein ziemlich schickes Luft. Ja, die Tür ist offen. Mega cool, ey. Ja. Ist das gut? Nein, das ist ja nicht so, wie du heute bist! Ich fühle mich, dass ich deine Schulung ausfüllen, du kundeschendend, pseudo-scientiver Badezimmer! Das ist ein Schiff an der Wand. Ich denke, wo du sonst so bist, wie du bist. Ja. Ja, aber ich möchte mich auch ein bisschen umsehen. Ich möchte dich einfach nur durchwenden. Ja, logisch. Also, wenn der redet, möchte ich auch, dass das jeder irgendwie mitbekommt. Das ist klar. Was für ein Kleiderschrank. Das ist Blut, scheint so. Oh, ich liebe Badezimmer. Und Horrorspielen. Ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Sitzt da jemand oder liegt da jemand? Ich weiß es nicht. Ich komme mal ein bisschen weiter weg. Weil ich bin sehr, sehr nah dran. Oh Gott, das holt sich konkret aus. Mir wird gleich irgendwas ins Gesicht sprengen. Ich glaube auch. Und das war's jetzt. Okay. Also sollen wir jetzt, sollen wir jetzt unseren eigenen Entschluss drauf ziehen? Also das ist interessant. Ich denke mal, das wird einfach mal, einfach mal eine Seite zeigen. Nee. Das ist immer interessant. Ich habe jetzt erwartet, dass mich irgendwas anspringt oder dass es noch in irgendeiner Form aufgeklärt wird. Okay, wir haben hier einen Mann gehabt, der halb Karriere gemacht hat, der dazu mehr oder minder von seinem Vater getrieben wurde, der halt auf einem Elite-Internat war, der seine Mutter an Krebs verloren hat. Von der er sich nicht verabschieden konnte, weil sein Vater halt gemeint hat, dass seine Schule viel, viel wichtiger ist. Er ist, sein Vater ist nachher gestorben. Er hat natürlich einen Hass auf ihn gehabt, verständlicherweise. Er scheint ein wenig psychotisch zu sein. Wer allerdings Jenny ist und was diese Person blutüberströmt im Badezimmer auf einer Tür, könnte man sagen, keine Ahnung, in einer Psychiose hat er jetzt irgendwie jemanden getötet oder so. Ich kann mir vorstellen, dass Jenny seine Freundin war oder irgendwie in Bezug auf den, ich könnte mir auch vorstellen, dass das eine Affäre von seinem Vater war. Ja, das glaube ich soweit her gut. Das kann natürlich sein. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass irgendwie. Weil das Thema kam ja nie irgendwie da auf den Tisch. Also es ging ja nie irgendwie darum, dass sein Vater seine Mutter betrogen hat. Ja. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, das war jetzt einfach irgendwie, den er halt in seiner Psychiose umgebracht hat. Und diese Rückblicke sollten uns irgendwie zeigen, dass er halt mehr oder minder den Verstand verloren hat und warum er seinen Verstand verloren hat. Also das wäre jetzt meine Interpretation dieses Spiels. Ihr könnt ja kommentieren und sagen, was ihr so für Theorien habt. Da könnten wir mal eine Diskussion starten. Aber ich habe mir ernsthaft ein bisschen mehr von dem Spiel vorgestellt. Also... Ich finde es eigentlich ganz cool, weil jetzt muss ich halt darüber nachdenken. Ja, ich habe halt... Ja, es regt sehr zum Nachdenken an, aber... Ein wirkliches Horrorspiel in dem Sinne ist es nicht. Es ist ein... Also wir haben das ja in der Spalte gefunden unter kostenlose Indie-Horror-Games. Und ja, also Horror-Game weiß ich nicht. Also eher etwas, was wirklich anregen soll, mal über sowas nachzudenken. Ja, es ist ein Psychospiel einfach. Ja, also... Mehr ist es nicht. Also es ist einfach ein Psychospiel. Davon gibt es ja ein paar. Also ich sage mal, nicht alles, was irgendwie Horror ist, ist... Es muss... Es muss... Blutig sein oder so. Das stimmt natürlich. Es gibt verschiedene Spalten. Ja. Es ist halt mal was anderes gewesen. Okay, gut. Alles klar. Ja. Dann haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020